Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Robots in Disguise Sideburn. Sideburn ist ein Member der 3K Brothers und hier eigentlich im Team mit Brawl und X-Braun und ja, ich bin sehr begeistert von dieser Figur, sie wird geliefert in einem blauen Dodge Viper Look und mit schönen Flammen hier vorne drauf, alles Metallic, also hier keine billige, einfarbige Tönung drauf, sondern wirklich richtig schön mit Klitzer durchzogen, echt gut. Sideburn gibt es noch in einer roten Version, dann mit gelben Flammen drauf im Look von Rodimus Prime und ja, man sieht ja auch sehr schön innen drin auf dem Arm, den man hier sieht, ist auch das Autobot-Symbol schön abgebildet, hier oben auf dem Dach auch nochmal. Ja, dieses kommt echt gut rüber, chromartig haben wir hier einmal den Motorblock mit rotem Metallic Look und Silber. Die Felgen sind hier im schönen Metallic Look gehalten, hat Gummireder, was ich auch sehr schön finde und hier steht auch Transformers Cybertron drauf, was ich auch sehr interessant finde. Ja, und hier unten drunter sehen wir einfach mal hier vorne den Arm, der Kopf ist hier unten drunter noch versteckt, Teile der zusammengeklappten Beine sieht man, hier hinten ist die Waffe noch drin und hier sieht man den Torso, dieses Auspuffrohr, was quasi die Rakete der Waffe wird. Ein bisschen lang, aber es sieht trotzdem ganz gut aus, finde ich. Und ja, die Figur ist von allen drei dieser Carabras mit die komplizierteste zu verwandelnde Figur, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es ist trotzdem ein Hingucker. Kommen wir jetzt einfach mal erstmal zur Verpackung. Die Verpackung wird auch hier standardüblich in einer Blisterpackung geliefert, wie es bei Deluxe-Figuren eigentlich immer schon der Fall war. Hier oben ein großes Logo, hier sehen wir auch wieder mit dem Filter überlagert die Figur. Sieht aus, wenn sie nachgezeichnet wurde, ist ganz interessant. Hier unten groß den Namen, Cypern und hier hinten sehen wir dann ganz groß auch erstmal die ganzen Erklärungen. Und ja, dann sehen wir hier einmal Prawl, X-Prawl, auch hier Advanced Stufe 3 von der Transformation und die Tax-Back-Card zum Ausschneiden. Das vermisse ich irgendwie so ein bisschen an den heutigen Figuren, dass da keine Tax-Back-Cards mit dabei sind, weil es eigentlich bis jetzt immer Standard war bei den Transformers und jetzt auf einmal komplett weggelassen wird. Sehr schade. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Figur selbst. Die Figur ist leicht zu verwandeln für den Anfang und wird später richtig schwer. Fangen wir einfach mal an. Wir klappen hier vorne einmal den Frontkühler quasi nach vorne weg. Wir nehmen die Rakete einmal komplett ab. Wir klappen die Türen auf. Was ich auch ein sehr schönes Gimmick finde, dass man die Türen öffnen kann. Also, das sieht man eigentlich ziemlich selten bei den Deluxe-Figuren. Dann klappen wir einmal hier die Scheibe hier raus. Die ist hier vorne in so einem kleinen Pin in dem Motorblock quasi befestigt. Dann klappen wir einmal hier die Motorhaube heraus. So. Anschließend ziehen wir hier hinten die Waffe heraus. Die legen wir erst einmal zur Seite. Dann lösen wir hier an der Seite mit diesem Pax die Beine raus. Eben so. So. Klappen die Beine nach unten. So. Jetzt können wir die Beine auch schon mal komplett rausklappen. Und hier unten die Füße einmal rumdrehen. Dann hat diese Figur hier hinten drin eine Waffe, die ich auch sehr interessant finde. Denn sie besteht quasi aus zwei Waffen in einem. Wir haben einmal hier diese Waffe, die hier hinten, wenn man sie hier hält, quasi wie als Blaster gilt. Mit einer sehr schönen Form erinnert mich sehr stark an Transformers 4, den Film. An die Waffe von dem menschlichen Hauptcharakter. Ein Schwert, was quasi schießen kann. Und genau so kann man jetzt die Waffe eben auch so in die Hand geben. Und dann ist es eine Klinge. Oder halt andersrum, wie man es halt möchte. So. Die Waffen legen wir auch erst einmal zur Seite. Dann kommen wir jetzt zu einer restlichen Verwandlung. Anschließend drehen wir hier die Scheibe und den Arm zur Seite. Winkeln das alles ein wenig nach oben. Drehen die Beine, meinetwegen jetzt schon gerade. Jetzt kommt der Arm. Wir drehen natürlich wieder den Frontkühler nach oben. Lösen hier diesen weißen Arm, der auf der Rückseite mit einem Pack, quasi am Motorblock befestigt ist, einfach ab. So, hier sehen wir diesen Pack und da ist die Öffnung. Lösen wir einfach so raus. Drehen das Ganze. Ich kann mal gucken. Das war nämlich das Komplizierte, wovon ich vorhin sprach. Ah ja, so. Drehen das so nach oben. Anschließend drehen wir hier das Ganze einmal herum. So. Winkeln dann dieses komplette Teil nach innen, dass der Reifen quasi in der Mitte ist, hinter dem Motorblock. Dann drehen wir den Brustkorb nach unten, klappen den Kopf nach oben. Den Frontkühl drehen wir so zur Seite, quasi als Schulterplatte. Bevor wir aber den Brustkorb komplett befestigen, drehen wir hier einmal die Beine, das heißt den kompletten Torso zur Seite. Drehen hier jetzt dieses komplette Scharnier hier, wo der andere Arm drum befestigt ist, nach oben. Winkeln das jetzt nach innen. Klappen jetzt den Brustkorb nach unten und lassen ihn einrasten. Drehen jetzt den Torso wieder nach vorne. Und jetzt winkeln wir hier diese Scheibe, hier ist ein kleines Scharnier drin, nach vorne. Und drehen sie nach hinten. Jetzt können wir den Arm auch nach vorne drehen. Und drehen hier jetzt diese ganze Scheibe einmal so herum. Die Türen werden wir nach unten gewinkelt. Und jetzt so einfach nach hinten geklappt. Ja, und schon haben wir quasi Sideburn fertig transformiert. Die Figur ist ein wenig gewöhnungsbedürftig von dem, wie sie aussieht. Alleine schon hier wegen den großen Hüften. Trotzdem macht die Figur einiges her. Die Bewegungen sind auch ziemlich gut. Wie gesagt, wir haben einmal hier einen ganz normalen Hüftgelenk. Dann haben wir hier einmal für den Oberschenkel ein normales Gelenk. Die Knie können ziemlich gut angewinkelt werden. Hier unten, die Füße sind auf einem Balljoint. Die Arme sind ein bisschen eingeschränkt von ihrer Bewegung. Wir haben einmal hier wegen dieser Schulter, können wir nur ganz beschränkt die Arme um 360 Grad drehen. Wir müssen es immer wieder so ein bisschen anwinkeln, damit es funktioniert. Wir haben hier oben in der Schulter nochmal ein seitliches Gelenk. Die Ellenbogen können wir hoch und runter klappen. Die Hände selbst sind nicht beweglich. Ja, das gleiche hier auch nochmal. Hier ist allerdings die Bewegung um 360 Grad stark eingeschränkt, wegen diesem Schild, das er hier hat. Ja, und der Kopf ist auf einem Balljoint, der aber auch leicht eingeschränkt ist. Wir können den Kopf nicht nach unten winkeln, aber nach oben und auch um 360 Grad den Kopf drehen. Der Kopf selbst finde ich es auch sehr interessant vom Design. Er hat einmal auf dem linken Auge ein Visier, was quasi hier hinten mit einer Art Antenne verbunden ist. Wie so eine Art Visor quasi. Ich möchte im Mund, keine Lightpipe-Funktion an sich. Das heißt, die Augen sind komplett rot. Wir sehen auch hier hinten keine Lightpipe-Funktion. Der Kopf auch selbst ist aus Blau-Metallic. Was ich nur sehr schön finde, ist, wenn hier oben das Licht hineinscheint, die Visors sehen automatisch aus, als wenn sie beleuchtet sind. Da dahinter weißes Plastik ist und dadurch natürlich auch das Licht reflektiert wird. Ja, wir sehen hier jetzt einmal schön den Motorblock auf der Frontpartie. Und auch so von Details ist die Figur sehr schön ausgearbeitet. Auch in den Beinen hier sehen wir sehr viele kleine Details. Hier die Federung, die Beine wirken hier unten ein wenig dünn. Für mich wirken die Füße irgendwie, als wenn er Pantoffeln an hätte, aber gut. Das ist jetzt Geschmackssache. Die Räder, wie gesagt, haben auch ein sehr schönes Profil. Gefällt mir. Ja, und wir sehen hier schön das metallische Autobot-Symbol. Die Hände an sich haben auch sehr viele kleine Details. Man sieht sie auf der Rückseite. Ist also schon echt gut gemacht. Und auch hier in dem Arm sind auch hier innen sehr viele Details. Finde ich, gefällt mir sehr. Was mich stört, ist ein bisschen der Reifen, der hier unten einfach so dran hängt. Schön wäre es gewesen, könnte man den hier hinten an die Seite klappen. Ja, und ansonsten, man kann natürlich hier diese Rückenpartie auch nach oben klappen, wenn man will. Dann gefällt mir es persönlich ein bisschen besser. Dann wirkt es so, als wenn er wie so Flügel quasi nach hinten gewinkelt hat. Ja, wie gesagt, alles in allem eine sehr schöne Figur. Wir haben dann noch natürlich die Waffen. Die lassen sich natürlich auch befestigen. Einmal hier den Auspuff und einmal das komplette Rückenteil des Autos. Dann können wir die Waffen einmal hier einfügen. So. Und die Waffe kann natürlich auch in die Hand genommen werden. Und dann haben wir hier natürlich auch mit den Löchern hier das Gefühl, als wenn es wie so ein Maschinengewehr wäre. Fällt mir auch sehr gut. Die Waffe lässt sich, wie gesagt, einmal in die Hand geben. Und ja, ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, eben die zweite Waffe in die Hand zu geben. Das wäre die, wovon ich euch schon erzählt habe. Das ist einmal die Möglichkeit, die Waffe so in die Hand zu geben, wie so als Klinge. Oder, wie ich es bevorzuge, nochmal als zusätzlichen Blaster. So. Die Waffe macht echt was her, gefällt mir und kann im Roboter-Modus natürlich auch noch verstaut werden. Dafür drehen wir die Figur einmal auf die Rückseite und dafür haben wir hier diesen kleinen Pack. Und da können wir dann quasi einmal die Waffe so hinten hinter ihm befestigen. Was ich auch eine sehr geile Idee finde. Da sollte es einfach mal bei den Figuren in der heutigen Zeit ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Richtung geben. Ja, wie gesagt, die Beweglichkeit der Figur ist enorm. Im Otto-Modus von der Bewertung her würde ich ihm jetzt volle 10 von 10 Punkten geben. Und im Roboter-Modus-Style leider hier durch diesen Schild ein wenig eingeschränkt ist von Bewegung. Ja, würde ich ihm jetzt nur 9 von 10 Punkten geben, da hier das Posing doch stark eingeschränkt wird. Von der Bemalung hier hat die Figur auch volle 10 Punkte verdient. Echt gut gelungen. Sehr viele Details sind ausgearbeitet. Einfach spitze. Auch die Bewaffnungen sind echt gut. Alles in allem würde ich hier der Figur 9,5 von 10 Punkten geben. Und kann sie nur jedem empfehlen. Das war mein Review für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja, wenn sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ihr könnt mich gerne abonnieren oder mich weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei dem Ausbau meines Channels ein bisschen helfen würdet. Ja, bis dahin. Ich wünsche euch was. Euer Rexfaw. Ich wünsche euch was.